Musik So Burschen, darfst du noch was sein bei euch? Eine Pokalsensation hätte ich gerne. Die gibt es erst am 18.08 gegen Köln um 15.30 Uhr im Hachingersportpack. Ok, und was kostet uns dein Spaß? Oh, der Spaß kostet so. 4 bis 18.00 Uhr. Na dann geh mal hin, würde ich sagen. Den haben wir dabei. Auf geht's Haching-Fans, wir brauchen eure Unterstützung. Ja, das ist nur ein Rückenraum. Darfst gleich noch was sein? Eine Pokalsituation hätte ich gerne gesagt. Ah, die gibt es noch nicht heute. Die gibt es erst am 18.08 um 4 bis 15.00 Uhr. Hahaha, am 4 bis 15.00 Uhr. Vielleicht auch am 7.00 Uhr. Aber was hat der Spaß? Hat der Spaß gekocht so um die 4 bis 18.00 Uhr? Ah, das ist immerhin. Das ist immerhin. Hahaha. Hahaha. Um problems zu��, lege. Oh, wie. Oh, das ist immerhin. Allerher devoir ver know enfin.